Meintagy mit der Minecraft Alpha Version 1.0.14 und ihr seht schon ich bin hier ich stecke hier in einem Bunker heute eine Höhlen-Tour ohne Sounds Katastrophe sag ich nur Katastrophe boah, das, ne, seht selbst, also das, das geht nicht Hallo, hallo, hallo der Lokoper hier mit einer neuen Ausgabe von Meintagy ja, und einem geklauten Begrüßungssatz heute mit der Alpha Version 1.0.14 ja, mit einigen Änderungen, nicht so viele, aber wir haben trotzdem einiges vor ich bin gespannt ähm, doch vorab erstmal hier in den Optionen gucken, was ist denn hier passiert? Irgendwie, oh Gott beim M haben sie, glaube ich, diesmal ein Steinchen vergessen hallo, Kollege? ne, also mit dem nächsten kleinen Update sollte eigentlich das gefixt sein, das war, ist eigentlich ziemlich gut, dass das fehlt, da weiß ich zumindest, dass dieses kleine Update nicht dabei ist, das ist gut und ja, wie gesagt, erstmal in den Optionen Musik geht noch immer nicht, Mann, ich hab doch extra dieses Mal nochmal die Musik manuell hinzugefügt, also in den Ordner und die Sounds hm, da schluckt die nicht egal, Controls Inventory mal wieder auf E und dann würde ich sagen, fangen wir doch mal zuge ich an, ne so, zack, Welt 1 wird geladen und, ah, es ist Tag, es ist Tag, ich freue mich ich hoffe, ihr hattet ein schönes Wochenende, es ist ja mal wieder Mittwoch ich weiß ja nicht, wann ihr diese Folge guckt manchmal gucken das auch am Wochenende, schätze ich mal und ja, was ist erstmal der Plan, so ähm genau, ich wollte den Tag noch nutzen vielleicht um ein paar Bäume zu, ja ein bisschen Holz zu holen, äh, vielleicht in der Nacht ein bisschen an dem Haus rumzufallen und dann wollte ich eigentlich in dieser Folge in eine Höhle, weil es kann nicht sein, dass wir die ganze Zeit ohne Eisengeräte hier rumrennen also, Eisenachst, Eisenschaufel und so weiter und so weiter haben wir hier was vergessen oh, geht doch mal weg so ja, dann werde ich auch sind überall noch diese Dinger ich hoffe, die verschwinden noch, so ja, hier alles mal wieder so überstürzend so ja, ich habe, ja heute mit der, mit der Alpha-Version 1.0.14 ihr müsst mich ein wenig entschuldigen ich bin auch sehr, sehr müde oh ähm ja, wie gesagt mit der 1.0.14 nicht so viele Änderungen die größte Änderung für mich persönlich ist, dass wir endlich Chicken hier rumrennen haben juhu ja, jetzt haben wir eigentlich alle Mops zusammen ich habe schon Schweine gesehen Kühe gesehen wir haben ach du Scheiße, ist das ein Riesenbaum ähm besserer Chief Set ähm ja, was fehlen jetzt noch Kühe, Schweine haben wir Chicken haben wir Schafe haben wir eigentlich fehlen jetzt nur noch Fledermäuse dann natürlich die Änder-Männer äh, was, was haben wir denn noch nicht fällt mir gerade nicht Slimes haben wir ja ja, die ganzen netter Mops, die sind ja eh noch nicht da den Netter gibt es ja noch gar nicht dann, was haben wir denn noch fällt mir gerade spontan nicht ein äh, b-b-b-b-bam Fledermäuse ach so, ja und dann wären wir schon bei den Fledermäuse und bei den Mobs im Netter Netter sind dann können wir auch gleich äh, die Zombies erwähnen Zombie haben wir Creeper haben wir dann haben wir ja wir haben eigentlich wir haben so gut wie alles ja also alles Wichtige obwohl die Creepers hätte man sich sparen können aber naja das ist ja Geschmackssache obwohl ja, wir müssen mal gucken wie es jetzt mit der Höhle aussieht als wir letztes Mal diese kleine Tour noch abschließend gemacht haben da haben wir ja keine Mobs mehr gesehen oder haben wir eine Tour gemacht ich weiß es gar nicht mehr ähm, auf jeden Fall sind da die Mobs ziemlich ich glaube die Mobs haben da selber Angst in der Höhle ähm, naja wir müssen mal gucken weil wegen den Sounds ist das natürlich wie immer ziemlich ätzend aber das dürfte ja können wir jetzt nicht dran ändern ich versuche da wie gesagt mein Bestes ich versuche da die ganzen äh, Sounds einzufügen aber irgendwie will das nicht ja, dann werden wir mal gucken dass wir genügend Fleisch nachher haben ist hier noch irgendwas ich hab keinen Bock hier wieder irgendwie hoch zu klettern und wie gesagt zu den Änderungen komme ich dann wenn es dunkel wird es sind wie gesagt noch einige andere dabei ähm, nur im Vergleich zur letzten Folge hatte ich glaube ich drei Seiten an Änderungen heute habe ich noch nicht mal eine vielleicht also ah, eine ist doch eine man kann es eigentlich doch es ist eine eine habe ich eine Seite voller Änderungen und die werden wir dann mal alle so ein bisschen durchgehen während wir dann am Häuschen äh, ein bisschen bauen so da hinten hüpft ein Schaf ist auch froh dass wir heute hier wieder in unserer Welt sind ach ja schön so wie komme ich denn da jetzt am dümmsten ran so schon mal nicht äh, ach wir können ja noch immer nicht 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 schleichen so sind wir hier richtig ja wunderbar dann nehmen wir hier das nochmal gerade ja ähm 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 wie gesagt Prüfungen laufen noch aber ich wie meinte die ist meine Energie das geht vor alles hier das geht vor alles so schaffen wir das ich schätze mal nicht doch wir haben es bekommen sehr schön ähm dam 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 ja wie gesagt meinte wie immer jeden Mittwoch äh äh ähm genau wieso mache ich die ganze Zeit solche komischen Geräusche ist doch nicht normal ja äh genau dann wie immer vielen Dank für die vielen Kommentare ihr wisst es ja mittlerweile und ich habe mir überlegt weil ich jetzt nicht so viele Wunschmod Vorstellungen euch präsentiere wo ich immer mal Kommentare irgendwie dann noch einblende ich versuche ja immer möglichst mit euch hier irgendwas zu machen ähm wie gesagt ich ich blende ja immer zum Schluss ein paar Kommentare ein habe immer eine Frage die ich euch stelle die mich natürlich auch interessiert ähm ja was achso und ähm ich habe mir überlegt ich meine das habe ich mir auch ein bisschen abgeguckt dieser Ray William Johnson guckt das irgendjemand von euch ich weiß es nicht also ich habe es früher mal geguckt mittlerweile nicht mehr ähm ist ein großer YouTuber hat ungefähr pfff ich weiß gar nicht wie viele Abonnenten 10 Millionen kommt es hin war auf jeden Fall mal der größte ähm YouTuber also mit den meisten Abonnenten das ist ja mittlerweile längst nicht mehr obwohl 10 Millionen da kann man sich nicht kann man sich könnte ich jetzt nicht mich beschweren ähm der hat ja so seine Show gehabt wo der so lustige Videos immer gezeigt hat aus dem Netz was ja eigentlich auch schon fragwürdig ist ich weiß gar nicht ob er die Leute überhaupt gefragt hat die das ja denen das gehört ist ja auch egal darauf wollte ich jetzt gar nicht hinaus ähm ähm der hat immer eine ja der hat auch immer so Fragen pro Woche oder eine Frage pro Woche gestellt und hat natürlich dann auch wie ich eigentlich äh Kommentare zum Schluss eingeblendet so ein paar rausgepickt und ja naja äh äh ja worauf will ich jetzt eigentlich hinaus ähm ich hab mir überlegt also er hat auch sag ich mal irgendwann nicht mehr selber die Fragen ausgedacht er hat sich er hat dann User genommen und hat die also User konnten ihm selber die Fragen praktisch stellen die andere beantworten sollen und hat die dann eingeblendet also zum Beispiel keine Ahnung das heißt ich werde eventuell also eventuell wenn ihr Bock habt und wenn ihr gerade da zufällig irgendwie eine Frage habt die ihr immer schon mal stellen wolltet an irgendwelchen Leuten die ihr nicht kennt äh ja könnt ihr das gerne tun einfach in die Kommentare und dann werde ich euch wahrscheinlich hier unten irgendwie so einblenden und dann können die anderen das beantworten falls mir keine einfällt wie zum Beispiel heute so boah ey man viel Stress für nichts so dann gucken wir jetzt gerade mal es wird nämlich gerade dunkel wie das mit den Fenstern aussieht da haben wir drei das ist doch aua jetzt geht nochmal die Treppe hoch Mensch so ja unten ist es nachts das heißt wir können jetzt endlich mal auf die Änderungen zu sprechen kommen nachdem ich hier ein bisschen gerade mal bei den Fenstern hier geguckt habe oder ich keine Axt mehr habe so wir müssen echt aufpassen wegen den Spinnen und dem Balkon also ich habe keinen Bock dass da irgendwie jetzt was schief läuft dass da jetzt irgendwelche Viecher jetzt hier hoch klettern Betten gibt es natürlich noch nicht so kann man gucken hier haben wir noch ein bisschen Glas was so hallo das ist eine Spitzhacke man geht doch schneller kaputt oh man 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 haben die es behoben nein das Kohledingen so und alles kann man noch immer hinter den Blöcken herziehen das ist natürlich nicht so schön aber naja was soll's ich kann es jetzt auch nicht ändern hm erstmal das Sand da rein tun ich weiß gar nicht haben wir eigentlich die Höhle da hinten jetzt schon komplett erkundet ich weiß es nicht müssen wir da mal gucken so Änderungen jetzt geht es endlich mal los gerade 8 Minuten um das ist gut also es ist mal wieder ein Secret Update 1.0.4 warum nicht 1.0.2 äh 1.2 also 12 und 13 warum überspringen wir diese Version erstens die gibt es nicht als Download ich weiß gar nicht ob es die überhaupt zum Download gegeben hatte ähm und zweitens sind das eigentlich mehr so kleine Bugfixes die haben überhaupt nichts besonderes ähm diese Version hier ist mal wieder so ein Secret Update so ein wöchentliches Update ähm die ja kam eigentlich ja kam am 30. Juli raus die 1.0.13 am 28. Juli 2010 also das sind nur zwei Tage Unterschied also denke ich mal ja es sind wie gesagt nur kleine kleine Bugfixes die da vorkamen diese Secret Updates sind eigentlich die interessanten ähm da kann ich ja kann ich gerade mal anfangen was da alles so hinzugekommen ist also wie gesagt mit den mit der 1.0.12 wurden eigentlich nur solche kleinen Sachen behoben wie zum Beispiel dass die Slimes sind zum Beispiel tagsüber gespawnt das wurde jetzt äh nicht tagsüber auf Peaceful gespawnt und ähm das wurde dann auch verhindert weil ich meine die greifen ja die greifen ja an ab einer gewissen Größe ich weiß nicht ob das momentan der Fall ist ob das ab einer gewissen Version erst der Fall ist oder ob das schon immer war dass die so aggressiv waren ähm ich weiß es gerade nicht auf jeden Fall spawnen die jetzt nicht mehr ähm auf Peaceful was sie scheinbar gemacht haben in der letzten Version ja gut wir haben keinem begegnet aber naja außerdem haben die jetzt auch einige Sounds was uns eigentlich wirklich überhaupt nicht juckt weil wir haben überhaupt keine Sounds äh das ist schon das ist echt ich weiß es nicht wir müssen echt mal gucken was wir dagegen machen also die Musik kann ich immerhin noch so beim Schneiden einfügen das ist ja okay ich meine das ist ohne Musik würde ich das wahrscheinlich hier gar nicht machen ähm so wie haben wir es denn hier unten haben wir da wirklich 3 und 3, ne 1, 2, 3 einen Moment 1 und 2 und 3 ja als Bugfixes haben wir auch noch dass sie generell einen neuen Look haben im Vergleich zur letzten Version wie gesagt keine Ahnung haben wir ja nicht gesehen was haben wir denn hier noch Schönes ja wie gesagt ein paar kleine Crash ähm ja Crash Bugfixes so wie ein bisschen am Licht also außerdem wurde ein bisschen am Licht geändert aber das ist mir jetzt fällt mir nicht so ganz auf also das ist noch immer ziemlich ja gefällt mir nicht ich bin mal gespannt wann das sich bessert ja also generell mit den Bugs ähm haben wir eigentlich in dieser Serie hier ziemlich ein ziemlich großes Glück weil bisher ist Minecraft noch nicht abgeschmiert zumindest während den Aufnahmen nicht ähm also wenn ich ich wie gesagt ich kreiere ja immer bevor ich hier diese Aufnahme starte erstmal eine Welt um zu gucken wo ich meine platzieren muss wie gesagt ist eigentlich schwachsinnig weil die immer am selben Ort äh gepackt werden muss aber ich mache das trotzdem immer damit das auch alles gut läuft ähm warte mal zwei und zwei kommen wir nach ja und da ist mir direkt Minecraft abgeschmiert das ist mir jetzt schon mehrmals passiert also ja diese also es schmiert schon sehr sehr häufig ab die Version also wenn ihr das hier auch mal spielen solltet immer regelmäßig Escape drücken Safing auch wenn die das scheinbar nach einer gewissen Zeit äh so ein Autosafe mittlerweile drin haben darauf würde ich mich nicht verlassen so gerade mal hier noch das Fenster und bevor ich zum Secret Update komme äh mit dem Balkon weiß ich nicht wie wir das machen wollen ich würde echt noch auf die Dings warten auf die auf die auf die auf die ich kann noch das ist ein Huhn ein Huhn hallo ein Hühnchen ich freue mich ich weiß noch nicht mal ob die irgendwie irgendwie chicken und die sowas und die fleisch trocken keine ahnung oh da sind sie verschwunden ja aber wahrscheinlich kann man auch nicht so viele Monster hin obwohl hier sind ja einige ein Creeper zwei Skelette eine Spinne da hinten ist auch noch ein Zombie weil wir es hier schon ziemlich erhellt haben naja müssen wir mal schauen müssen wir mal schauen so ich gehe jetzt gerade mal runter guck mal was das Glas macht werde dann ein bisschen Fleisch mal vorbereiten so am besten bleiben wir so lang stehen ah endlich mal ein Fenster das freut mich guck so ähm ja ach so ist schon fertig sag das doch so ja kommen wir doch jetzt mal zum Secret Update oder Secret Friday mittlerweile schon das siebte wir hatten ja in einer Version sogar gleich mehrere ähm solcher großen wöchentlichen Updates dabei gehabt ähm vielleicht haben wir noch Fleisch Fleisch wir haben kein Fleisch mehr das gibt es auch nicht äh egal ähm ja also was gibt es Neues eine Jukebox gibt es jetzt hätte ich nicht ich hätte nicht gedacht dass die so früh hinzugefügt wurden an neuen Items gibt es nicht so viele Eier gibt es ist ja auch klar wegen den Hühnern obwohl bei dem Fleisch wäre ich mir jetzt nicht so sicher Musik Disc na klar aufgrund der Jukebox müssen die das natürlich auch hinzugefügt haben ähm bbbbbb storage minecarts powered minecarts außerdem haben die kühe einen neuen skin da habe ich ja schon letztes mal gesagt sie sehen ein bisschen komisch aus müssen wir mal gucken ob das jetzt wie die heutige version aussieht außerdem kann man sich pfeile jetzt anders herstellen konnte man scheinbar in der letzten version nur mit eisen also das haben wir jetzt durch flint ersetzt mit eisen ernsthaft das wird wort das wäre teuer gewesen so ich würde sagen wir setzen uns mal die fachin ein bisschen anders werden uns gleich noch kurz fleisch holen und dann werden wir uns auch schon auf den weg machen und werden mal gucken in welche höhle wir gehen ich würde sagen wir gehen mal eine andere weil ich weiß jetzt nicht mehr genau ob wir die andere komplett erkundet haben wahrscheinlich nicht aber es ist mir doch wurscht ist mir sowas von bumpe so bis mal hier schön in die ecken das sieht ja auch sonst nichts hier aus außerdem müssen wir dann noch ein paar fackeln machen vielleicht werden wir hier so eine art wo sieht das was aus wenn wir da so eine art stützpunkt noch hier ein baum ich weiß es nicht so haben wir jetzt an jeder ecke was da hinten könnten wir noch ein bisschen was verschönern die farin auf dem boden werden wir natürlich auch bald noch ändern und natürlich generell ein bisschen dekorieren aber ich glaube das habe ich schon letzte folge gesagt naja ich wollte trotzdem mal in die hülle so das sieht doch schon mal ganz okay aus wenn wir uns jetzt haben wir eigentlich ja wir haben gedulden schwerter noch mal hier den rest rest holz hier auf die helles auf einmal wird mit einem schlag so haben wir jetzt irgendwo schweine ja die kühe sehen sehen doch ganz sie sehen so aus wie heute gehst wohl weg so da haben wir ein pfeil als chicken hallo das wird seitlich das war echt schlecht das war schlecht so es hat nichts getraubt ich gehe mal nicht davon aus dass das irgendwie was uns gibt das wird wahrscheinlich noch alles implementiert können ein bisschen wolle auch sammeln dafür die nächsten folgen jetzt wo wir noch so viel darum wenn auch der creeper geht mir die fall auf die eier so ein paar pfeile was kann doch nicht wahr sein wir müssen jetzt schweine sein die liefen noch die ganze zeit darum ah da kommt der 1 wie gerufen so kann mehr so ein fleisch federn so und du kommst auch so ja federn sind auch nicht schlecht zusammen für pfeile und so krams und leder wie gesagt für bücher irgendwann mal so wo sind hier noch schweine ich bin echt gerade ein bisschen enttäuscht dass wir keine schwein rumlaufen das gibt es doch nicht okay dann werden wir jetzt wohl oder übel ist es so dunkel uns ein bisschen jetzt mal vorbereiten 60 dürfen ja obwohl jetzt haben wir brauchen was soll der geiz okay kohle werden wir wohl genug finden das heißt ich werde mal einiges hier lassen ich nehme jetzt mal elf mit das fleisch habe ich hier gerade mal rein so eisen natürlich nicht mitnehmen holz brauchen wir auch jetzt hier so viel holz dabei so ja komm das dürfte reichen saplings brauchen nicht bisschen erder haben wir um uns irgendwo hinzubauen federn brauchen wir nicht eine spitzhache auf jeden fall strings glas gravel glas pfeile stufen brauchen wir nicht eisen können wir erst noch mal mitnehmen so mehr brauchen wir nicht jetzt noch ein paar gerätschaften bauen ihr kennt es ja auch wenn ihr wahrscheinlich hier spielen solltet hoch ja so eine schaufel sollten wir uns noch basteln ich nehme jetzt einfach mal das eigentlich nämlich das eisen im eisen könnten wir mehr haben wir ja nicht mehr doch wir haben hier könnten schon mal eine teilrüstung bauen weil wir haben wie gesagt ja keine sounds ja komm ist egal auch wenn wir uns wahrscheinlich besser was damit hätten bauen können so und schon haben wir eine kleine rüstung die wahrscheinlich uns trotzdem nicht helfen wird aber egal so ich brauche doch mal auf marco stone so das kommt hier hin und da können wir gleich schon losgehen wir haben ja noch ein paar minuten so was brauchen wir denn erstmal eine schaufel ich würde sagen wir bleiben dann sogar in der höhle für die nächsten folgen es sei denn es ist nur eine ganz kleine höhle dann werden wir mal schauen was wir so haben was wir so finden eins schwert noch und das reicht eigentlich nachkommen ist ja auch egal so los geht's ich freue mich ich sehe schon wir werden noch nicht mehr zur höhle kommen werden und die sterben nein 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 wenn das der fall ist dann kriegt die krise hoffen wir dass wir den unser häuschen wiederfinden ja welche hülle da hinten war glaube ich noch eine die dürfte ich glaube die sind sogar bestimmt irgendwie verbunden da sich der map generator nicht großartig verändert hat werde ich nicht werde ich keine keine touren jetzt hier durch die welt machen durch die welt geschichte nein so ok und los geht's werden nie wieder hier raus finden ach hier waren wir doch schon hier ist doch nicht viel ja toll ich erinnere mich das war nichts das war nichts das war nichts ja das war die höhlen tour ne den witz habe ich glaube ich letztes mal auch gebracht immer wieder lustig ich lache mir einen ast ab so haben wir denn hier da hinten war doch bestimmt auch irgendwie noch so was ja 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 erst mal wieder eine höhle finden hier ja das sieht doch schon mal ein bisschen besser aus hoffentlich am besten direkt eine kleine ein weg bauen damit wir auch schön wieder hoch kommen können so erst mal ein bisschen kohle bauen abbauen bauen abbauen so und da ist schon unsere erste spitzhacke kaputt ja wie gesagt ich hoffe dass wir nach der höhlen tour hier ein wenig unseren eisen vorrat aufstocken können ich bin jetzt voll das zuzubauen ich mache das jetzt einfach mal so und so ja und ich hoffe dass wir jetzt nicht auf allzu viele monster treffen obwohl es wahrscheinlich ja allein wegen dem sound das ist echt nicht schön so kommen wir hier gut runter nein kommen wir nicht mehr so und so und so zack zack und zack oh nein das sieht nicht gut aus oh nein ich habe das gefühl das wird auch keine allzu große Höhle komm schon lass es da weiter gehen ja wir haben Glück wir haben ein sehr großes Glück so damit wir den Weg hinauf finden es gibt ja weder einen Kompass noch irgendwas wenn es einen Kompass gibt dann werden wir auf jeden Fall mal gucken wo wir nochmal gespawnt sind und dann werden wir uns wahrscheinlich so einen kleinen Weg oh nein ach nö oh diese blöde in der Version äh infdef ich verwechsel das immer ja das ist alles noch im frühen Stadium Stadium entstanden deswegen gibt es halt noch nicht so große Höhlen das ist echt beschissen ach man das heißt wir müssen gleich eine andere eine andere Höhle finden ach das ist echt blöd das gibt es doch nicht die Höhle haben wir jetzt auch schon da hinten die Höhle ist jetzt auch nichts gewesen wir müssen echt irgendwie weiter weg gehen darauf habe ich aber um ehrlich zu sein jetzt keine Lust vor allen Dingen zeitlich ist das auch ziemlich blöd naja ich könnte wie gesagt die Folgen länger machen aber ja es kommt wie gesagt nächstes Mal auch wieder ein etwas Kleineres ab ooooh man das gibt es doch nicht gut 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 in welche Welt in welche Richtung haben wir denn noch nicht viel generiert ich glaube da hinten in dieser Richtung noch nicht da hinten ist Kohle ein Berg das werde ich auch nicht holen man 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 das kann doch nicht wahr sein meine Güte irgendwie stockt gerade auch die Framerate ein bisschen ich weiß auch nicht warum so was haben wir denn hier Feines das sieht doch mal wieder nach was aus obwohl hier ist ein kleiner Durchgang bestimmt das sieht gar nicht mal so schlecht aus also nicht von von der Hölle her sondern das hier ziemlich cool gehen wir mal in diese Richtung wir sind hier ziemlich weit oben oh das sollte eigentlich ein werden aber da habe ich mich gleichzeitig verschluckt das klang auch sehr interessant so Creeperlein unser erster Mob in einer Höhle ich hänge fest meine Tastatur meine Tastatur hallo ich hänge fest was soll das was ist denn jetzt los das liegt nicht an der Tastatur ich kann mich nicht mehr bewegen Hilfe 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 Scheiße was ist denn jetzt los ruhig Blut ruhig Blut nein nein wir schweben nein was ist denn jetzt los oh shit das gibt es nicht ja und jetzt ich will ja nichts sagen aber ich glaube wir haben ein Problem Roger wir haben ein Problem hallo äh scheiße was ist das denn jetzt das ist ein Witz habe ich irgendwie was falsches gedrückt unsere Figur ist weg unsere Figur ist weg aber wir können abbauen sehr schön oder hängen wir hier irgendwo fest was ist denn da los sind wir noch existieren wir noch sind wir tot sind wir im Himmel ja Leute ich weiß nicht was ich machen soll ich könnte jetzt raus geben speichern aber wenn ich dann noch immer hier stecke da weiß ich nicht was wir machen sollen ich kann jetzt nicht auf irgendeine Release Version updaten um raus zu kommen das geht nicht das können wir nicht machen ich kann ja nur mal drumrum noch ein bisschen abbauen also wenn es ich möchte jetzt noch nicht spekulieren erstmal geguckt was Sache ist vor allem es wird jetzt dunkel wir sollten ja nicht mehr so langsam was ist das ist das für ein scheiß also ganz ehrlich das habe ich noch nie erlebt wir sind tot aber hier sind wir doch noch so jetzt ist passiert wir haben gespeichert speicher schneller ja probieren wir die noch mal zu laden ha bohr gott sei dank gott sei dank ich habe schon überlegt wie soll ich das machen soll ich jetzt auf screen alles nochmal neu machen ich glaube das war unser erster wichtiger richtiger bug ich weiß jetzt überall kohle werde ich später einsammeln aber da fallen uns bestimmt irgendwelche monster auf den kopf so so ich weiß gar nicht habt ihr eigentlich irgendeine strategie wenn ihr durch irgendwelche hüllen rennt also im sinne von ja ich setze die fackeln nach ah hilfe ich setze die fackeln irgendwie immer an die rechte wand oder sowas also ich nicht eigentlich nicht ich werde es mal probieren wir müssen ein bisschen aufpassen so wir haben nämlich ziemlich wenig essen dabei dafür dass wir gar keine rüstung haben und ich sehe jede menge eisen das freut mich oh sind hier viele viecher im vergleich zum letzten mal ich glaube der creeper kommst du da hoch ne ne gut so sehr schön ich freue mir gut die anderen sind ja scheinbar hier schwer beschäftigt das heißt wir werden uns gemütlich hier das eisen holen yes in dieser folge zwei eisen blöcke abgebaut ich freue mir ein so tschüss creeper verpiss dich oh man oh man oh man oh man oh man ich brauche unbedingt sounds unbedingt das kann das geht doch nicht ich weiß nicht warum der die nicht schluckt vielleicht habt ihr da ja eine lösung müsst ihr mal ausprobieren ob das bei euch auch funktioniert an dieser stelle sei noch mal gesagt falls euch dieses projekt gefallen hat oder gefällt gefällt läuft ja gerade und ihr zufällig auch ja einen einen youtube channel habt auf dem ihr irgendwie was spielt irgendwie auch minecraft oder sowas ich meine es gibt so viele minecraft let's place da ist sie ist mein tag jedoch eine tolle alternative zu also könnt ihr gerne ebenfalls nach machen ja einfach nur mein tag nennen dann könnt ihr auch dann werdet ihr auch in die liste geworfen von youtube wenn man nach mein tag sucht dann werdet ihr dort auch auftauchen also könnt ihr mir gerne nach machen da bin ich euch nicht böse so hat das hier unten mal auf na alter 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 ich hab nein das geht gar nicht ach 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 ich bin ich habe mich gerade so erschrocken jetzt bin ich wach jetzt bin ich wach ich habe mich so schnell wie möglich so viele eisen wie möglich rausholen und dann ab dafür dann müssen wir sehen wie wir land gewinnen wir können ja nicht ohne rüstung und ohne sounds rein das geht nicht das geht nicht drecksviecher drecksviecher ist da irgendwas passiert eben gerade das ist jedoch ach es ist ja auch egal man ey das oder auf peaceful so lange spielen wenigstens wo kam die denn auf einmal her gut hier sind ein paar sachen nicht ganz ausgeleuchtet wie gesagt falls es so dunkel ist ich kann mich nur wiederholen einfach auf fullscreen auf hd gucken was weiß ich probiert selber aus hätten ist der nächste mann die viecher die uns letztes mal gefehlt haben die sind jetzt alle auf mal da die vom letzten mal und die von heute aua aua zombies noch mal federn interessant so 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 man muss man echt aufpassen zwei creeper man komm mal werden ok kleiner macht sagen wir sagen wir mal so wenn wir jetzt keinen wenn wir jetzt keinen fehlen echt die worte wenn wenn wir jetzt keinen herzen mehr haben werden wir wahrscheinlich auf den rückweg suchen na gut dann sind wir tot aber ich meine wenn wir jetzt wenig wenig herzen haben so rum das geht doch das geht doch nicht ich reg mich jetzt nicht auf dass die monster gibt sondern das freut mich aber ohne sounds ist das so was haben wir schüssen so hier haben wir noch ein bisschen eisen war wieder drei blöcke tolle tolle wurst so hatten wir hier nicht noch irgendwas vergessen ihr seht schon meinen leicht an leicht geneigte warte 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 ja ich bin schon ziemlich angepisst gerade was denn da oben ach so sind sterne nee da gehe ich jetzt nicht raus ich weiß da war kohle aber das ist mir jetzt völlig wurscht so ich glaube stellen uns deswegen wir weinen tappen wieso wieso kriegen wir keine sounds mitgeliefert Aua, Aua Aua, wir sind tot, 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 wir sind tot Oh shit Oh shit, ich sehe schon den Tod in unserer Scheiße Oh, die halbe Stunde ist um, wir müssen jetzt leider abbrechen Ich würde mir ganz kurz, ich weiß, ich überziehe schon wieder ein bisschen Bevor wir, bevor ich hier die abbreche Also, beziehungsweise die Folge beende Zumindest so einen kleinen Raum bauen, wo wir ein bisschen geschützt haben Ein Glorister Wasser, man So, der ist schon mal weg Ganz ehrlich, ist mir gerade ein bisschen zu spannend Ich baue mir und ziehe gerade mal ein kleines Schutzhäuschen Was heißt Schutz? So einen kleinen Bunker Mehr oder weniger Und dann werden wir wahrscheinlich in der nächsten Episode weitermachen, weil das ist mir Jetzt auch zeitlich die ganze Zeit im Hinterkopf zu haben, dass wir eigentlich schon Längst fertig sein müssten So, na komm Das können wir noch abbauen Puh, dann war es doch eine sehr spannende Folge, also für mich zumindest Und ja, gut, das reicht jetzt auch So, okidoki Dann würde ich sagen Was das erst mal von mir Dann sehen wir uns spätestens hoffentlich nächste Woche wieder zu meintalgie oder am Wochenende Zu Pfff Na ja, zu einer neuen Mod-Vorstellung wahrscheinlich mal sehen, was wir da so machen werden Ja, das war der Lekopa von Der Lekopa Und wie gesagt, schreibt einfach mal eine Frage in die Kommentare Dann nehme ich die wahrscheinlich hier Irgendwie am Anfang mal dran Blinde euch dann hier ein, damit wir ein bisschen mehr Ja Damit ich mehr auf eure Sachen eingehe Weil Ihr schreibt so viele und ich gehe nicht auf die Sachen ein Das finde ich ein bisschen blöd Aber auch wegen den Prüfungen, die ich ja am Anfang Nicht am Anfang Die ich letzte Woche erwähnt habe Ist das momentan ein wenig Schwierig So, das war's Scheiße, unsere Rüstung hat schon ziemlich mitgelitten Wir könnten uns nächstes Mal hier eine Rüstung machen und dann weitermachen Boah, ich hoffe, wir kommen ihr Leben draus Wir haben nur noch ein Fleisch Ich muss mir da was überlegen Mal gucken Alles klar Bis dahin Bis nächstes Bis zum nächsten Mal Euer Lekopa Tschüss Bis zum nächsten Mal